Mache ein Viertel Herz Schaden und was kriegt man wieder ein ganzes Herz? Was? Ja, ne Moin. Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Den Tempel anschauen. Ich suche die Weisen. Ah, seien wir ehrlich. Ein Weiser? Keine Ahnung. Ist das jemand, der Vater und Mutter verloren hat? Ja, das stimmt. Ja, okay, das war die falsche Antwort. Ah, den Tempel anschauen. Du bist doch zu klein. Der Tempel ist nicht der richtige Ort für Kinder. Geh woanders spielen. Soll ich mich jetzt beweisen, Norbert, hier? Ich schlag jetzt die Stadt und klein. Wenn man... Warum geht es einfacher, wenn man groß ist? So, volle Kanne Attacke. Sag mal. Ehrlich. 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 Ja. Ja. Unbesiegbares Ding. Unbesiegbar. Ehrlich. Oder was? Hä? Bitte? Hä? Ich habe hier nichts. Ja. Unbesiegbar. Ach so. Okay, eine Bombe legen. Die habe ich... Die habe ich gerade bemerkt. Nein, nein, nein. Mehr auf. Du wirst das sonst immer so gerne bomben. Warum nicht jedes Mal? Okay. Uh, 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 uh. Na, was hast du jetzt? Alter. Ich habe dich noch in die gesehen, Kleiner. Ach so. Äh, was? Das war richtig? Du hast nichts Besseres zu tun. Du kommst wie gerufen. Kannst du mir ein Gefeind tun, Kleiner? Moment mal. Du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Ich hasse Ganondorf. Das ist ein Gerudo. Das ist ein Gerudo. Ich hasse Ganondorf. Das ist richtig, aber... Ach was. Du bist ganz schön mütig. Ich glaube, ich mag... Bäh. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Nabooru. Das ist die Weise. Bestimmt. Ich gehe lieber allein auf Beutetour. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt. Ja, sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Wie auch immer, wenn nur Frauen da sind. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann der König der Grudus wird. So schwöre ich Ganondorf niemals im Leben treu. Achso, ich muss aber wie eine Frau sprechen. Och, war halt nicht dein Name kleiner. Link. Nee, das ist so doof. Bäh. Was ist das denn für ein komischer Name? Na, egal. Wahrscheinlich hätte ich mich Max genannt oder irgendwie so wie die heißt. Dann hätte ich das auch gesagt. Hättest du es auch gesagt. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Na, oh, so. Schaffst du es, durch den Engel durchnachst zu kriechen und deinen Schatz zu bergen? Es handelt sich um ein uraltes, liebes Relikt. Die Kräfthandschuhe. Damit kann man sehr schwere Dinge anheben. Hey, Kleiner, denk nicht mal dran, dir die Handschuhe selbst unter den Nagel zu reißen. Ich kann nicht einfach K.O. schlagen. Egal. Die Kräfthandschuhe würden dir sowieso nicht passen. Ich bin... Okay, dann schlage ich dich eben später kaputt. Sei anständig und bring sie mir. Nein, sie ist eine Weise. Schätze mal. Gerne dürfen seine Versailen nutzen den Geistertemplar als einzeln eines ihrer Verstecker. Wow. Nur mit den Kräfthandschuhen kann ich mich hier hineinstehen. Dann kann ich nicht nur all ihr Diebesgut an mich nehmen, sondern auch ihre grauen Fallenpläne durchkreuzen. Ich glaube, ich lese total falsch vor. Also, wie ist das? Machst du's? Jo. Danke, Kleiner. Wir beide werden Gendorffs Tyrannei beenden. Nicht wahr, Kleiner? Wenn du die Kräfthandschuhe besorgst, dann werde ich dich... Wenn, dann werde ich mich bei dir revanchieren. Mit Kräfthandschuhen? Egal. Wahrscheinlich müssen wir erstmal hier durch einen Mini-Tempel oder sowas rennen, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die so einfach kriegen. Ja, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne... Ich brenne immer noch, ich brenne immer noch, ich brenne immer noch. Jetzt nicht mehr. So lange nicht mehr. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Bleibt da stehen, bleibt da stehen. Dankeschön. Oh, ich will da weg, ich will da weg, ich will da weg. Okay, Bombe. Cool, das ist Bombe. Ich will mein Master Sword zurück. Und mein Bogen. Bitte, Leute. Herz, 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 Herz. Oh mein Gott. Und ein paar Samen. Die Frage ist, welchen Gang nehme ich? Mitte, rechts oder links? Ich nehme erst so die goldene Mitte. Rechts vor links, aber goldene Mitte geht vor. Okay, eine verschlossene Tür. Sieht sehr nach Halbbostür aus, weil... Boah, sind wir stark. Es gibt später übrigens auch noch die Goldhandschuhe, statt nur die Silberhandschuhe. Und damit kann man noch mehr tragen. Man hat dann durchgerechnet, ich glaube, das sind irgendwie eine Milliarde Tonne oder so, was die da tragen. Das kann dann irgendwann... So, rechts vor links, aber goldene Mitte geht vor. Okay, wir merken uns den Gang und gehen dir lang. Äh, ja. Was ich bei Tum nicht ausstehen kann. So was. Kann ich wechselse Zauber jetzt? Vermutlich nicht. Äh, du hast dich gegen Mana wegen dem Spiegel. Das ist ein Aussi. Äh. Ja, toll. Was ist das hier? Ihr. Oh noll. Du kannst mich nicht treffen. Ich habe... Ich habe Bomben. Schlecht geht... Ja, ich war schon unter dem Schild. Egal. Okay. Schlag nochmal zu, bitte. Ich war schon wieder unter dem Schild. Egal. Und du? Was willst du? Du willst wahrscheinlich einen... Kern in die Fresse. Wenn Link mal treffen könnte... Wäre ich ihm doch sehr verbunden. Oh wow. Okay, man kann sie sowieso nicht treffen. Hey, du glissen und du bist tot. Es brachte mir so gut wie gar nichts. Oh. Nö. Nicht so ein... Ich weiß genau, was wir machen müssen. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. So, Leute. So. So. So, Leute. Das wird dauern. Das wird dauern. Das wird dauern. Das wird dauern. Das war's. Okay, geil. Geh mit mir, Mana. Oder Leben. Leben ist forever alone. Schlüssel. Hübschel. Was? Ein Debo-Schild. Ich habe das Video-Schild, verdammt. Auch da kann ich mich voll verstecken. Geil. Was ist das? Okay. Das Bekämpfen, während man... Ah, geht so?